Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Nicole. Ja, ich bin der Kai und zusammen mit unseren beiden Jungs im Teenie-Alter und unserer Aussie-Hündin Luna machen wir schon mehrere Jahre Camping mit dem Wohnwagen. Wir campen ganzjährig, also Skiurlaub mit dem Wohnwagen und im Sommer geht es bei uns immer ans Meer. Dazu nehmen wir unser Schlauchboot mit dem Motor mit. Ja, auf unserem Kanal findet ihr viele Videos für Neueinsteiger, die mit dem Wohnwagen zum ersten Mal verreisen, wie so der Umgang ist, wie die Technik funktioniert, alles relativ einfach erklärt. Dazu bieten wir euch Campingplatzvorstellungen, die wir bereist haben, nehmen euch auf unseren Reisen generell mit und zeigen euch auch mal neue Wohnwagen mit neuen Grundrissen, sind auf Caravanmessen vertreten, um da die Neuerungen euch auch mal zu zeigen, dass man immer so ein bisschen aktuell dabei ist. Deshalb würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal kostenfrei abonniert und kein Video mehr verpasst. Und jetzt viel Spaß mit den Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.